5, 4, 3, 2, 1 und es ist soweit! Der P33 2018 ist gestartet und wenn man bedenkt, dass der erste, und das hat Medianiter gerade erzählt, gerade wie 20 Athleten begonnen hat, so ist das schon eine absolut beeindruckende Kulisse, wenn so viele Menschen diese 42 Kilometer in Angriff nehmen, alles, alles Gute, genießt es, wir sehen uns in St. Anton am Alberg wieder! Das ist Stimmung, liebe Athletinnen und Athleten, wir bedanken uns ganz herzlich für den Applaus!